Die Qualitätsverträge, die wir mit den Krankenkassen geschlossen haben, dienen der verbesserten Behandlungsqualität in der Knie- und Hüftendoprothetik. Ein künstliches Kniegelenk kommt in der Regel zum Einsatz, wenn alle anderen Behandlungsmethoden bei Knieverschleiß, bei Arthrose ausgeschöpft sind. Also wenn man beispielsweise sagt, ich habe ständig Schmerzen im Alltag, muss Schmerzmittel einnehmen, komme nicht mehr zurecht mit einer Bandage oder den übrigen Dingen, die mein Orthopäde mir schon verordnet habe und habe im Röntgenbild deutlich sichtbare Veränderungen, dann reden wir über ein künstliches Kniegelenk. Im Rahmen der Qualitätsverträge können wir erstmalig unsere Behandlungsqualität über einen längeren Zeitraum nachverfolgen. Wir bieten Ihnen als Patienten mehr an Behandlung im Vorbereitung der Operation und in der Folge an und sind uns daher sicher, dass wir unser Qualitätsversprechen gegenüber den Kassen noch besser einhalten können. Sie als Patient gehen besser vorbereitet in die Operation hinein, denn wir stellen sicher, dass Sie Physiotherapie schon vor der Operation erhalten, dass Sie beispielsweise die Benutzung von Hilfsmitteln erlernt haben, möglicherweise schon auf Treppe gestiegen sind. In der Folge der Operation stellt der Fallmanager oder Casemanager Ihre Nachbehandlung sicher, den Übergang in die Reha sicher, fragt Sie zu mehreren Zeitpunkten nach Ihrem Wohlbefinden und Behandlungsergebnis und erhebt zu zwei Zeitpunkten einen klinischen Score, von dem wir überzeugt davon sind, dass er besser sein wird, wenn Sie an dem Kuhvertrag teilgenommen haben.